Heute lehne ich mich einfach mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, dass wir den meisten Leuten auf LinkedIn gezeigt haben, wie sie regelmäßig virale LinkedIn-Posts mit 10.000 Ansichten und mehr entwickeln und auch veröffentlichen. Das bedeutet, wenn du einen LinkedIn-Post mit mehreren hundert Likes siehst in deinem Feed, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Kundin oder ein Kunde aus unserem Social Selling Accelerator ist oder aus unserem Mentoring relativ hoch. Und darauf bin ich immens stolz, denn tatsächlich habe ich vor zwei Wochen unser neues LinkedIn-Training vorbereitet und habe einfach mal Screenshots gemacht von Kundinnen und Kunden, die diese magische Grenze geknackt haben, wo ich einfach wusste, dass die Posts 10.000 Ansichten geknackt haben und mein Bildschirm war komplett voll. Und in diesem Training habe ich wirklich ein Screenshot nach dem nächsten gezeigt. Und das ist das Coole, dass diese Formel nicht nur für uns funktioniert, sondern vor allem für unsere Kundinnen und Kunden auch. Und dahinter steckt ein Storytelling-Framework, das wir bisher nur unseren Kunden gezeigt haben. Und zum ersten Mal werde ich dir das heute hier in dieser Folge vorstellen und zeigen, worauf es wirklich ankommt. Ist das eine Garantie, dass dein nächster Post viral geht? Auf gar keinen Fall. Da spielen viele Sachen rein. Richtiger Zeitpunkt, Algorithmus, das Bild und vor allem, wie gut du auch da drin bist, Stories zu schreiben. Wenn du dieses Framework aber hast, macht es alles schon mal deutlich einfacher, als wenn du auf einer weißen Seite sozusagen startest. Das Coolste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn du dir dieses Video anguckst oder diese Folge durchhörst, das Framework sie einfach mal schnappst, drei, vier Posts nach dieser Logik machst und mir irgendwann schreibst, dass du die 10.000 geknackt hast. Wenn nicht oder du die Abkürzung nehmen willst, dann melde dich gerne bei uns, weil genau dabei helfen wir natürlich unseren Kunden im Mentoring-Programm. Und jetzt würde ich sagen, springen wir in die Folge rein und ich zeige dir ganz genau, was eine gute Story in einem LinkedIn-Post ausmacht. Bevor wir heute starten, eine Sache noch. Ich habe gesehen, dass gerade mal 30% der Zuschauer meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Also, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einmal auf Abonnieren klickst, um keine nächste Folge zu verpassen. Würde mich wahnsinnig freuen und gleichzeitig hilft es mir, den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln und mehr auf der Startseite zu landen, was mich extrem freuen würde. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge rein. Mein Ziel für diese Folge ist es, dich fit zu machen, deinen ersten oder deinen nächsten viralen LinkedIn-Post zu landen mit 10.000 oder mehr Ansichten. Wie gesagt, das ist ein toughes Spiel und das, was ich dir hier zeige, erhöht auf jeden Fall immens die Wahrscheinlichkeiten, dass du das Ganze knackst. Nichtsdestotrotz gehört natürlich viel Übung dazu und das ist auch der Grund, warum sich viele Gründer und Geschäftsführer dann am Ende bei uns melden und sagen, hey Robert, nimm mich mal bitte an die Hand, ich will jetzt endlich dieses Thema geknackt haben, ich will LinkedIn geknackt haben und fertig. Nichtsdestotrotz, das, was wir tun, zeige ich dir jetzt ganz genau, weil wenn man mal in meine besten Beiträge sozusagen zurückspringt, auch sogar der letzten 365 Tage, gibt es einen gemeinsamen Nenner, den man gar nicht so sehr direkt sieht, dass sie alle auf einer wahren Story, das klingt wie am Anfang vom Kino-Film, von einer wahren Story sozusagen fußen, beziehungsweise wirklich eine konkrete Situation im Alltag ein Stück weit. Und ich habe mir mal einen Post rausgeschnappt, wo wir das Ganze jetzt durchspielen werden und der Titel war verrückt, mittlerweile ist mein Handy komplett überflüssig. Der Post hat fast 65.000 Ansichten, über 350 Likes und ist echt ziemlich geflogen. Hintergrund ist, dass ich Anfang des Jahres extrem gestresst war, hatte keine Zeit, 100.000 Aufgaben und wusste nicht, wo der Kopf mir steht. Und dann bin ich irgendwann darüber gestolpert, einfach mal auf mein Handy zu gucken und zu gucken, was ich eigentlich an Bildschirmzeit pro Tag habe. Ich dachte, super produktiver Typ, mein Handy nutze ich wirklich nur für die wichtigen Dinge, Marktrecherche und so. Und da kam am Ende raus, dass ich wirklich drei Stunden pro Tag vor diesem Ding hänge und eigentlich nichts wirklich Produktives mache. Also ich mache keine Sales Calls oder so darüber, bin froh, dass mein Team das tut. Und das bedeutet, es gab keinen Grund, drei Stunden damit zu verbringen und wirklich drei Stunden am Tag ein Stück weit zu verlieren. Und dann habe ich wirklich alles gelöscht. Ich habe die YouTube-App gelöscht, ich habe Slack gelöscht, ich habe LinkedIn gelöscht, Instagram gelöscht, E-Mail-App gelöscht. Ich habe alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, stumm geschaltet und den Hintergrund sogar auf schwarz-weiß gestellt. Coole Funktionen, habe ich von Timothy Ferris gelernt. Und nutze das Ding heute eigentlich nur noch zum Joggen als Navigationssystem und für WhatsApp. Und plötzlich lag meine Bildschirmzeit bei 30 Minuten. Also wirklich, ich habe einfach zweieinhalb Stunden im Tag gefunden für deutlich wichtigere Sachen als die, die du da siehst. Und das war am Ende die Story des Posts. Aber du siehst, der Winkel ist halt ganz cool, weil es um das Thema Produktivität geht. Und wir werden das Ganze jetzt mal aufdröseln, weil wenn du jetzt so drauf guckst, liest du dir das so durch und denkst dir so, ey, geiler Tipp, mal wieder über meine Bildschirmzeit zu gucken. An dieser Stelle absolute Empfehlung, das mal zu tun. Denn jeder virale Post startet immer genau mit so einer Story eigentlich. Das ist Anfang jedes Jahres passiert. Ich weiß nicht, was meine aktuelle Bildschirmzeit ist. Wahrscheinlich ist sie immer noch irgendwie bei 30 Minuten, weil ich damit irgendwie echt gar nichts mehr mittlerweile mache. Wenn das sozusagen bei dir anders ist. ist Empfehlung. Wir gucken mal, see all activity, was sie hier so tut. Das hat immer so komische Wochen hier. Ah, das kann ich hier schieben. Ja, sieht man wirklich, keine Ahnung, 25 Minuten hier. Ja, völlig entspannt. Also das bedeutet, das war die Story dahinter. Und hier siehst du schon das Framework, was wir immer nutzen. Und in einen Punkt will ich sozusagen reinzoomen, immer erst mal Stories zu überlegen. Und das ist so ein bisschen eine Kunst und das ist tatsächlich etwas, was man wirklich als jemand, der das schon seit Jahren macht, einen schnellen Blick da drauf habe. Ein cooles Beispiel hatte Michael neulich in einem Interview, der gesagt hat, wenn du Geschäftsführer bist von einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, aber ein Fiat 500 fährst, ist das eine coole Story. Und das bedeutet, was man als erstes wirklich machen kann, ist einfach mal die letzten 5 Jahre durchgehen oder die letzten 12 Monate durchgehen und mal so zu überlegen, was gab es so für prägende Momente. Vielleicht ist das einfach so ein ganz guter Winkel. Was gab es so für Sachen, die man sich schnappen kann? Und da draußen eine Headline zu machen, ist immer der erste Schritt. Das bedeutet, wir gehen dann in Schritt 2 rüber, Bild und so gucken wir uns auch gleich an. Das bedeutet, erster Schritt, womit bei mir auch immer alles start, ist eine gute Headline. Weil der erste Satz, die Überschrift, ist entscheidend, ob die Leute weiterlesen oder nicht. Und das verrückt tut natürlich seinen Teil sozusagen, das ist aber am Ende entstanden, sondern die Idee war, mittlerweile ist mein Handy komplett überflüssig. Warum kriegt das jetzt Aufmerksamkeit? Weil, glaube ich, jeder nicht nur 4 Stunden an seinem Handy hängt, wahrscheinlich sogar die meisten 6 bis 8 Stunden an der Kiste hängen. Und jetzt ist da ein Typ, der sagt, sein Handy ist überflüssig, ist irgendwie eine neue Dimension, hab noch das Verrückte vorgepackt und fertig. Dann sozusagen kommt Part 2 in dem Ganzen. Und das ist meiner Meinung nach das allerwichtigste bei einer guten Story, dass du die Leute in die Situation sozusagen holst und die Ausgangssituation erklärst. Das bedeutet, kurz vor Weihnachten bin ich über das Thema Dopamindetox auf YouTube gestolpert. Aus Neugier musste ich natürlich direkt nachschauen, wie hoch meine Bildschirmzeit pro Tag war. Zu meinem Entsetzen lag mein Durchschnitt bei fast 3 Stunden pro Tag. 3 Stunden wertvolle Lebenszeit einfach verdaddelt. Und das war wirklich auch der Grund, weil ich einfach so überfordert war und so überarbeitet war, dass ich wirklich bei YouTube geguckt habe, was gibt es zu dem Thema. Und witzigerweise über diesen Trend von Dopamindetox gestolpert bin. Und das war der Moment, wo ich wirklich so auf mein Handy geguckt habe und gesehen habe, fuck, 3 Stunden Lebenszeit nur in dieser Kiste. Und du siehst, hier steht so ein Bild. Ist irgendwie kurz vor Weihnachten. Siehst einen Typen vorm Rechner, der das recherchiert und dem Bildschirm sozusagen nachguckt und fertig. Und das ist das Beste an der Story, was du hinbekommen musst, wirklich Bilder in den Köpfen der Leute zu erzeugen, dass sie sich wirklich in die Situation so reinversetzen können. Wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich hatte keine Zeit, habe ein Tutorial gesehen und meine Bildschirmzeit war 3 Stunden, nimmst du die Leute nicht in diese Situation mit rein. Ist noch nicht perfekt, aber du kannst greifen. Schritt Nummer 2 ist immer so ein bisschen die neue Erkenntnis. Also das bedeutet so, man muss irgendwas verändern. Wenn es jetzt mit 3 Stunden ist, werde ich wohl immer 3 Stunden pro Tag benutzen, wenn ich nicht irgendwas ändere. Dann habe ich gesagt, mir wurde klar, dass ich unbedingt etwas ändern und dass ich die Versuchung auf meinem Handy komplett entfernen musste. Das war tatsächlich etwas, was ich für mich realisiert habe, dass wenn das nur in der Nähe liegt und diese ganzen Apps da drauf sind, kann ich alles machen, was ich will. Ich würde immer wieder den Weg finden. Und insofern habe ich gesagt, hey, ich muss irgendwie die Versuchung rausschmeißen. Und jetzt erzähle ich halt die Umsetzung wirklich super konkret. Jetzt hätte man sagen können, ich habe alle meine Apps runtergeschmissen. Aber gerade diese Apps auch aufzuzählen, was habe ich getan? YouTube-App gelöscht. Ist für die meisten wahrscheinlich schon Schmerzpunkt Nummer 1. Slack gelöscht. Boah, wie froh ich bin, dass ich keinen Slack mehr auf meinem Handy habe. LinkedIn-App gelöscht. LinkedIn, wirklich. Nicht mal in der Web-Version gehe ich auf LinkedIn auf meinem Handy. Gruselig, wie viel in Lebenszeit das sozusagen verschlingt. Instagram gar nicht zu reden. E-Mail-App hatte ich tatsächlich, hatte ich wirklich früher unvorstellbar, sage ich auch sogar, hatte ich echt Sorgen, ob ich das machen kann oder nicht. Habe es einfach gemacht, nie bereut. Noch nie eine E-Mail. Auch so die Frage, habe ich jemals eine E-Mail bekommen, wo ich wirklich innerhalb von zwei Minuten darauf reagieren musste? Noch nie. Und bin so froh, das nie wieder installiert zu haben. Alle Benachrichtigungen aus, auf stumm geschaltet, Bildschirm auf schwarz-weiß gestellt. Also du kannst wirklich super greifen, was ich konkret gemacht habe. Und du siehst hier links schon, und das ist das Wichtigste, das kann ich an dieser Stelle super gut sozusagen mitgeben. Man beschreibt einfach den zeitlichen Ablauf. Das bedeutet wirklich, es hat angefangen, von dass ich dieses Dopamin-Detox-Video gesehen habe. Dann wusste ich, dass ich was ändern muss. Im nächsten Moment habe ich diese ganzen Sachen sozusagen gelöscht. Und das ist ja genau so, wie es abgelaufen ist. Relativ simpel. So können die Leute in deiner Story gut folgen. Jetzt kommt der nächste Part, und zwar das Ergebnis. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja Robert, ist ja cool, dass du das alles gelöscht hast. Was hat es dir denn gebracht? Und das ist auch am Ende das Entscheidende, ob die Leute das sozusagen als Inspiration mitnehmen oder nicht. Weil wenn jetzt kein cooles Ergebnis dabei rauskommt, dann würde ich ja sagen, ja, warum sollte ich all das löschen? Heute nutze ich mein Handy nur noch für das Joggen-Navigationssystem und für WhatsApp, für Familie. Das sind wirklich, glaube ich, so die drei Hauptcases, die ich habe. Bildschirmzeit liegt bei 30 Minuten. Und das ist wirklich das Coolste irgendwie da dran. Vermisse ich irgendwas auf gar keinen Fall. War es schwer, definitiv. Aber plötzlich habe ich zwei Stunden pro Tag gefunden, in denen ich zum Beispiel entspannt Bücher lesen kann. Oder, keine Ahnung, mit Rio in den Park gehen kann, was mir alles so einfällt. Aber auch nicht mehr so gestresst bin wie vorher, was ein Riesenvorteil ist. Jetzt kommt der krönende Abschluss eigentlich ein Stück weit. Dass man dann darüber redet, das Ganze nochmal zusammenzufassen. Größtes Learning von mir. Absolute Empfehlung, mal deine Bildschirmzeit zu prüfen. Und reinzuschauen, vor allem mit welchen Apps du am meisten Zeit verbringst. Du wirst dich wundern. Also ich hatte auch da zum Beispiel YouTube-Studio dabei, wo man so seine YouTube-Zahlen sieht. Auch irgendwie mit einer halben Stunde pro Tag habe ich mir nur angeguckt, ob ich einen neuen Abonnenten habe oder nicht. Also wenn noch nicht abonniert, dann jetzt an dieser Stelle bitte. Und ich dachte mir, eine halbe Stunde gucke ich mir an, ob mein YouTube-Kanal geguckt wird oder nicht. Deutlich zu viel Lebenszeit. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt der Call-to-Action. Und das ist tatsächlich nochmal ein Abschnitt, der extrem wichtig ist. Ob Kommentare kommen oder nicht. Und auch wirklich alles ist. Frage, was ist deine aktuelle Bildschirmzeit pro Woche auf dem Handy? Also das bedeutet auch da Idee, können die Leute drei Stunden, fünf Stunden, keine Ahnung, zwei Stunden oder so reinschreiben. Hat es ihnen relativ leicht gemacht. Aber du siehst, jeder meiner Posts folgt eigentlich mittlerweile intuitiv dieser Logik. Und das bedeutet, man muss das natürlich ein bisschen üben. Aber was dabei auch rauskommt, umso cooler die Stories sind, die du mitbringst und die du erzählst, desto mehr Aufmerksamkeit kriegt auch am Ende der Post. Und es ist ein bisschen eine Kunst, wirklich die richtigen Stories auch einfach bei sich im Leben zu erkennen. Ich glaube, wir haben das nie so richtig gelernt, wie das Ganze funktioniert. Aber wenn man sich dann an dieses Framework hier wirklich hält, und das machen viele unserer Kundinnen und Kunden dann relativ zügig, wenn sie das ein paar Mal geübt haben, führt das wirklich zu coolen Stories. Weil die Lesezeit ist tatsächlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren sozusagen für den LinkedIn-Algorithmus. Und das kriegt man natürlich bei so einer Story extrem gut hin, weil man diese Ausgangssituation liest und dann schon halt irgendwie wissen will, wie es weitergeht. Und das kriegt man bei anderen Posts selten hin, dass die Leute wirklich alles durchlesen. Und das kriegst du mit diesem Framework hier perfekt hin. Kleine Hausaufgabe, schnapp dir einfach mal dieses Framework. Geh einfach mal Stories aus den letzten Jahren zurück. Vielleicht deine Tiefpunkte, deine Höhepunkte, deine größten Learnings auch als Gründer oder auch als Geschäftsführer. Und schreib einfach mal drei bis vier Posts runter. Wenn du Lust hast auf Feedback dazu, dann schau gerne mal in unserer kostenfreien LinkedIn-Marketing-Community vorbei. Da habe ich gerade letzte Woche einen Content-Analyse- und Feedback-Workshop gehalten. Und da kann ich dir natürlich perfekt Feedback zu deinem Content geben. Schau da gerne vorbei. Und ansonsten, wenn deine Posts anfangen, sozusagen du die gepostet hast und das langsam sozusagen ins Rollen kommen, schreib mir gerne eine LinkedIn-Nachricht, wenn du die 10.000 knackst, auf jeden Fall. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn du Lust hast, schieß mir den Screenshot rüber. Ich freue mich, umso voller sozusagen mein Desktop wird mit diesen Screenshots, umso cooler. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Und an dieser Stelle, wie gesagt, behalte es noch ein bisschen für dich, weil es aus meiner Sicht ein absoluter unfairer Vorteil ist, dieses Framework zu kennen. Ich wünschte, ich hätte es schon früher gekannt. Es hat mich wirklich viele Jahre und Iterationsschleifen und wahrscheinlich 200 LinkedIn-Posts gebraucht, um diese Formel so runterbrechen zu können. Und insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß damit. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.